Jetzt häng ich doch so ein bisschen auf den Schlauch. Hä, da fühl mich doch viel zu... Ich frage mich immer noch, wofür ich diesen Wagen hier brauche. Brauche ich den überhaupt? Für irgendwas muss der doch da sein. Keine Ahnung. Vielleicht, dass ich... Doch, dass ich vielleicht einfach nur an dieses Seil da ran springen kann. Aber ich komme so schnell gar nicht dahin. Das ist das Problem. Das ist das Problem. Ich komme nicht schnell genug dorthin. Doch, okay. Okay, das könnte eng werden. Oder auch nicht. Okay, passt. Passt. Gut. Ich habe mich ja gar nicht so behindert angestellt. Das ist das da schon wieder. Wie gesagt, nicht reinlaufen. Das sieht eklig aus. Da ist so ein Wurm. Fährt uns jetzt bestimmt gleich in den Kopf. Okay. Achso, okay, ich verstehe. Ich verstehe. Sehr gut. Bitteschön. So. So, so. Sie sind wohl mal gefallen, mir nicht. Das möchte ich mir nur so als Kritik jetzt immer wissen. Aber was macht das hier? Kann man das hier verwenden? Kann man aber wieder hoch. Okay, gut. Okay. Okay, und jetzt? Achso. Okay. Okay. Wir haben Regen gemacht. Oder wie darf ich das verstehen? Alles klar. Okay. War cool. Ziemlich cool. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Ah, das sind jetzt... Ah, okay. Ah, so. Okay. Gut. Ah, nein, nein, oder? Weil da werden wir gar nicht hinkommen. Ah, das ist eine Regen... Ah, ich kann da erst runtergehen und... Ah, nein, 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 okay, nein, okay. Und nicht hinsetzen. Okay. Ich verstehe. Ja, ja, gut, dann... Das ist klar. Gut, dann nehmen wir uns die Sollschlück hier mal. So, muss doch reichen, oder? Alles klar, reicht. Na, na. Okay. Sehr gut. Mal gucken, ob das reicht. Zack. Ja, es reicht. Perfekt. So. Ah. Ich habe gar nicht gewusst, dass der Hund hier im Zimmer ist. What the fuck? Verschrocken gerade. Ja. Das sehe ich ein. Das sind jetzt nicht so die intelligente, Sache war, die ich gemacht habe. Aber was muss ich stattdessen machen? Wie weit geht es dahinter? Kann ich hier ranspringen? Ah, ich kann da ranspringen. Cool. Kommen wir jetzt hier in eine Art Kanalisation rein, oder wie? Kann ich die mitnehmen? Kann ich hier stehen? Ah. Ob mir das jetzt gefällt? Das ist jetzt eine gute Idee, oder? Achso. 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 Oh Gott, das habe ich nicht gesehen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay. Aber warte mal. Ah. Achso, ja. Boah, ist das laut. Und ich hoffe, man hört mich noch. So. Dann machen wir das so. Mal gucken, ob das reicht. Nichts. Oh, ja, ja, okay. Nice. One. Glaube ich. Krass, wie weit das noch steigt, heftig. Heftig. Achso. Was, oh Gott, nein, 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 oh Gott, ich glaub ich hab's jetzt verkackt, oder? Ja, ich hab's verkackt, oh, ich hab's verkackt, ich hab's verkackt, ich hab's verkackt. Jetzt hab ich's nicht, ey, so, geil, ich kann's, okay, 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 es wird ein bisschen stressig, hab ich so's Gefühl. Ah, was tust du denn? Hüpf doch da nicht rum, schiebt das Teil da hin? Oh, 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 das hat aber nicht, das hat nicht gelangt, ne? Nee, natürlich nicht, wieso auch, wieso auch, wenn du da rumhüpfen musst, ey? Oh, ja, geil. Ah, das gibt's nicht. Das gibt das einfach nicht. Geht mir die Luft aus. Ja, ja, und jetzt hörst du auf zu steigen. Komisches Wasser. Okay, aber immer, wir wissen ja, wie wir das machen sollen. Das kriegen wir hin, das kriegen wir hin. So, easy, easy. Läuft. So. Kommt das jetzt da hoch? Genau, und dann können wir da hoch, und dann sind wir hoffentlich irgendwann mal safe hier. Ach, so funktioniert das. Okay. Oh, ja, das war jetzt eine schwere Geburt. So, ich zieh einfach mal in den Hebel, guck mal, was passiert. Ah, so. Verstehe. So. Gehen wir hier hoch. Spring da rüber. Reicht das, dass wir reichen? Ja, okay, das reicht. Nein, nein. Oh, ich dachte, ich hab den Hebel noch in der Hand. Verdammt. Ich wollte jetzt, aber ich weiß, wie es funktionieren soll. Okay. Gut, alles klar. Das ist machbar. Das ist machbar. So. Stimmt, das kann ich eigentlich schon weggehen hier. Gehen wir hier hoch wieder. Mein Gott. So. Spring mal hier rüber. Dann springen wir nochmal hier rüber. Dann lassen wir den Kram hier mal runter. Hä? Hä? Das Ding geht ein bisschen schneller. Nee. Never ever. Hä? Muss ich vielleicht... nochmal runter? Ja, das Ding wird wieder zumachen. So. Dann gehen wir nochmal hier hoch. Gehen wieder hier rüber. Wieder hier rüber. Jetzt muss ich kurz... hochhaber. Ja, inwiefern macht was Sinn. Das macht überhaupt keinen Sinn. Okay, da muss ich jetzt sogar wirklich mal kurz überlegen. Ich glaube, das ist wieder voll einfach. Und ich mach's mir wieder nur voll schwer. Ja. Weil irgendwie muss man ja da... Warte mal. Nee. Hä? Hä? Versteh' ich jetzt gerade noch nicht so möglich. So, hier kann kein Wasser mehr abfließen. Habe ich hier vielleicht zu viel Wasser reingelassen, kann das sein? Das wäre nämlich die einzige Erklärung, dass ich hier nicht untergreifend zu viel Wasser reingelassen habe. Dass ich da drüben nämlich nicht mehr genug habe. Das probiere ich mal kurz aus. Moment. Das will ich jetzt am Ende des Parts... Das will ich jetzt... Ich muss gleich nochmal weg, deswegen... Das ist jetzt hier in der Session die letzte Folge. Also, ich mach das hier mal kurz so. Das reicht aber nicht. Da muss Wasser rüber. Der Fall war... Das wird nicht reichen. Oder? Doch, das reicht. Soll ich das hier jetzt runter machen? Das ist möglicherweise auch noch reichen. Ah, siehste. Alles klar. So. Dann geht's das nächste Mal... In der nächsten Aufsame-Session geht's dann hier weiter. Ich bedanke mich an dieser Stelle bei herzlich fürs Zuschauen. Hoffe, ihr seid dann auch wieder mit dabei. Wenn's ja heißt... Limbo. Mit mir eben Steve. Und unserem kleinen... äh... Jungen, der in der Kanalisation um sein Überleben kämpft. Dessen Schicksal meinen Händen liegt. Bis dann, haut da rein. Ja genau. Das ist... Ein weiterer.